Sie haben gesagt, dass ich einen schönen Namen habe. Es soll klangvoll sein und außerdem absolut im Trend liegen. Mein Name ist Projekt 13. Hier wohne ich. Es ist ein schönes Leben. Sie haben gesagt, dass ich hier alles habe, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und ich bin glücklich. Warum ich an diesen Schläuchen hänge? Ich weiss es nicht. Aber sie haben gesagt, dass es so sein muss. Warum sollte ich auch dieses System anzweifeln? Sie haben es gesagt, ich habe es gehört, also muss es so sein. Es ist alles in Ordnung. Sie haben gesagt, dass ich ein ganz normales und schönes Leben führe. Und es stimmt. Sie haben gesagt, dass es kein Problem ist, dass ich meine Beine nicht mehr spüre. Sie werden es schon wissen. Im Grunde haben sie auch recht. Dies sind halt die kleinen Probleme, die in einem normalen Leben auftreten. Man muss es einfach nur schaffen, mit ihnen umzugehen. Ich bin immer noch glücklich. Und sie haben mir versichert, dass ich noch jeden Grund habe, glücklich zu sein. Sie haben gesagt, dass meine Bauchschmerzen, meine Kopfschmerzen, mein Tinnitus und meine Schwindelanfälle kein Problem für mich darstellen sollten. Die Schmerzen sollten mir jediglich nur zeigen, dass ich lebe. Glücklich lebe. Glücklich gelebt hatte. Sie wollen mir einreden, dass es kein Problem ist, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mittlerweile glaube ich, dass sie gelogen haben. Mittlerweile glaube ich sogar, dass ich mich die ganze Zeit selbst belogen habe. Ich habe mich weder meinen Nächsten gestellt, noch habe ich jemals etwas hinterfragt. Ich habe verloren. Ich habe mich nicht mehr, dass ich mich nicht mehr bewegen kann.